Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Beim Schlaganfall muss alles ganz schnell gehen. Der Schlaganfall oder auch Hirnschlag gilt als die zweithäufigste Todesursache in Deutschland für Menschen über 60. Aber es muss gar nicht so weit kommen, wenn man die Symptome schnell erkennt und auch behandelt. Was also tun bei einem Schlaganfallverdacht? Bei mir ist Dr. Ralf Carsten Tinius. Er ist Chefarzt der Neurologie und Neurologischen Frühreha. Frühreha an der Asklepios Klinik Schildautal-Sesen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Tinius. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gibt es eindeutige Symptome für den Schlaganfall? Wenn man die Frage genau beurteilt, nein. Es gibt natürlich eine Menge Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten. Der Schlaganfall heißt ja Schlaganfall, weil er schlagartig kommt. Die Patienten fühlen sich aus dem völligen Leben heraus und haben dann plötzlich eine Halbseitenlähmung oder können nicht mehr richtig laufen, können nicht mehr richtig sprechen oder nicht mehr richtig sehen. Das könnte auf einen Schlaganfall hindeuten. Es könnten aber auch andere Erkrankungen sein. Letztlich muss man das natürlich sehr ernst nehmen und sofort untersuchen lassen. Ja, der tut nicht weh, ne? Die Schlaganfälle sind in der Regel schmerzlos. Das ist das große Problem. Das bedeutet auch, dass die Patienten berichten, ja, ich hatte hier so eine komische, der Arm fühlte sich komisch an, der war ganz schlapp. Aber ich habe gedacht, ich habe mich nur verlegen und ich warte einfach ab. Und das ist das Falscheste, was man machen kann. Denn am nächsten Tag wacht dann der Patient auf und hat nicht nur eine leichte Lähmung im Arm, sondern auch eine ganz komplette Lähmung der Seite. Das nennt sich dann Hemiparese und kann gar nicht mehr laufen. Und das ist dann ganz besonders furchtbar, weil das häufig zu einer schweren Defektheilung führt. Und die Patienten sind dann dauerhaft beeinträchtigt. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wenn man irgendwas hat, was nicht so klar ist und das so plötzlich kommen ist, dass man dann auch sofort sich an einen Arzt wendet und den Notarzt ruft. Auch wenn das nach einer Stunde wieder weggeht, oder? Auch wenn das nach einer Stunde weggeht. Wenn das nach einer Stunde weggeht, dann ist es ja nur ein ganz, vielleicht ein ganz kleiner Schlaganfall. Wir nennen das transhistorische chemische Attacke, wird auch abgekürzt als Tier und bedeutet, dass die Symptome, die man hat, meinetwegen die Lähmung, dass die nach einer gewissen Zeit weggeht, definitionsgemäß nach 24 Stunden. In der Regel gehen die viel, viel früher weg, also nach Minuten oder nach einer Stunde. Dann ist dann wieder alles in Ordnung. Aber das ist eben sehr ernst zu nehmen, weil es sich hier um eine Durchblutungsstörung im Gehirn handeln kann. Und das kann dazu führen, dass es ein Vorbot ist für einen schweren Schlaganfall. Die Patienten denken immer, wenn das dann weg ist, ist alles wieder gut. Und das ist nicht wie eine Kinderkrankheit, einmal maßern, nie wieder maßern, sondern das kann zu einem schweren Schlaganfall führen und ein Vorbot sein. Und mache ich dann einen Termin beim Hausarzt oder rufe ich den Notarzt? Nein, Sie rufen sofort den Notarzt. Es ist ein Notfall. Wir behandeln das auch als Notfall, auch wenn der Patient angekündigt wird mit einer Halbseitenlähmung oder mit einer Sprachstörung und der Rettungsdienst sagt, Verdacht auf Schlaganfall, dann kommen die in die Klinik und in der Klinik ist er vielleicht schon völlig beschwerdefrei. Auch dann würden wir sofort ein Schichtröntgen machen, ein CT, um zu gucken, sehen wir vielleicht Veränderungen und wir würden ihn auch sofort auf die spezielle Einheit, die sogenannte Schlaganfalleinheit, also die Stroke Unit, übernehmen und aufnehmen. Dort würden wir ihn auch sicher mindestens 24 Stunden engmaschig überwachen, weil wir die Gefahr sehen, es könnte jetzt ja demnächst noch ein schwerer Schlaganfall nachkommen. Ja, erklären Sie mir nochmal bitte, was beim Schlaganfall eigentlich passiert im Kopf. Beim Schlaganfall ist ja schlagartig, setzt dann die Steuerung aus. Das bedeutet, unser Gehirn hat an einer Stelle, arbeitet nicht mehr korrekt. Meistens ist es eine Verstopfung oder eine Unterversorgung mit Blut. Man muss sich vorstellen, das Blut wird ja hier hochgebracht und das ist so wie bei einem Baum, das verästelt sich immer mehr die Gefäße und eines der Gefäße, zum Beispiel durch einen Thrombus, der vielleicht im Herzenssitz losgerissen wird, nach oben geschleudert wird und geht dann die Gefäße hier lang hoch bis vielleicht in das Endgefäß und da verstopft er dann. Und in diesem Bereich ist dann kein Blutfluss und das dahinterliegende Gewebe wird nicht mehr versorgt und das Gehirn hat kaum Reserven. Innerhalb weniger Augenblicke wird die Funktion eingestellt und dann tritt auch schon sehr zeitnah der Zelltod ein. Und das ist das große Problem. Und das nennt sich dann der ischemische Schlaganfall. Das ist so einer der häufigsten, ungefähr 80 Prozent haben wir, dass es nicht ausreichend durchblutet wird. Es kann aber auch sein, dass das Gefäßsystem an der Stelle gerade brüchig ist und zum Beispiel durch eine Blutdruckkrise aufreißt und dann läuft das Blut nicht mehr in den Gefäßen lang, sondern in das Gewebe ein. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, jetzt liegen die Zellen ja im Blut und da dürfte ja nichts passieren, aber sie werden nicht versorgt. Und das bedeutet auch, dass wenn sie nicht versorgt werden, dass es genau so ist, als würden sie eben nicht mit Blut versorgt werden. Das ist klinisch, sind die genau gleich, die Patienten. Die haben eine Erlähmung, entweder durch die Ischämie oder zum Beispiel durch die Blutung. Deswegen würde man einem Patienten auch als erstes in das Schichtröntgengerät, also in das CCT legen, um schnell zu gucken, finde ich denn eine Gehirnblutung oder finde ich Hinweise für einen ischämischen Schlaganfall. Die Hirnblutung, was machen da Sie oder die Kollegen? Wir würden, auch dann würden wir den Patienten aufnehmen und auch dann würden wir ihn auf die Schlaganfallstation aufnehmen. In der Regel wird dann natürlich sehr genau überlegt mit den anderen Fachabteilungen, das wären zum Beispiel die Neurochirurgen oder die Neuroradiologen, dass wir dann im Team überlegen, was brauchen wir noch für spezielle Untersuchungen, was brauchen wir für Therapien. Häufig ist es so, dass die Blutung nur beobachtet wird, weil sie eben klein ist, noch vielleicht konservativ gut behandelt werden kann. Wir würden die Patienten dann ganz engmaschig überwachen und immer wieder auch Kontrollröntgenuntersuchungen machen, Kontroll-CT-Untersuchungen, um zu sagen, ja, die Blutung präsurbiert sich jetzt oder sie bleibt so. Es kann allerdings auch dazu führen, dass die Blutung im Verlauf mehr wird, immer stärker wird und dann muss natürlich der Neurochirurg mit ins Boot und muss auch überlegen, ob er es dann operiert. Dann wird quasi der Schädel eröffnet und dann wird versucht, die Blutung zu stillen und das Blut abzusaugen. Und bei der Minderdurchblutung, also bei dem ischämischen Schlaganfall, wie funktioniert das da? Also was macht Sie da als erstes? Auch da ist ja der Patient, der kommt in die Klinik, wir sagen, wir haben ja ein neurologisches Defizit oder aber die TIA, die ist vielleicht schon wieder weggegangen, wir würden trotzdem das Schichtröntgen machen und dann würden wir schauen, sehen wir schon vielleicht Veränderungen. Wenn wir jetzt einen Schlaganfall bekommen, sieht man die Veränderung im Schichtröntgen noch nicht. Das demarkiert sich erst nach einer gewissen Zeit. Die Zellen verändern sich und erst dann kann man es sehen, aber man kann natürlich auch die Gefäße darstellen und wenn man dann die Gefäße dargestellt hat und man sieht, hier ist eine Verstopfung, dann kann man überlegen, wie geht man da vor. Meistens wird man ein Auflösemittel geben, die sogenannte Trombolyse und man versucht das dann zu rekanalisieren, also dass die Verstopfung wieder losgeht, ähnlich wie vielleicht in der verstopfte Abfluss, dass also das gut wieder fließt. Manchmal wird man auch überlegen, Mensch, die Verstopfung liegt so günstig, dass man sie versucht mit einem Kathetersystem, das ist so, über die Leiste schiebt man dann ein Draht hoch bis an die Stelle und dann versucht man mit dem Draht diese Verstopfung rauszuangeln und rauszuziehen. Das nennt sich dann die lokale Tromektomie. Ja, dieses Mittel, mit dem Sie das auflösen, ist das das, was man normalerweise auch schluckt? Ne, das Mittel, da muss man spritzen, da gibt es so natürlich Anwendungsvorschriften, wie man das macht, das geht nach Gewicht und dann würde man das als Bodo spritzen und dann gibt man das in einem Zeitraum von 60 Minuten nach und hofft, dass sich das gut auflöst. Man würde dann natürlich auch engmaschig kontrollieren, weil das Risiko ist, durch dieses Auflösemittel, dass es dann zu viel auflöst und es auch dann noch einbluten könnte. Ja genau, nicht zu viel und nicht zu wenig. Nicht zu viel und nicht zu viel und wenig. Deswegen ist die Indikationsstellung sehr eng. Darum bedeutet es auch bei Verdacht auf Schlaganfall sofort in die Klinik, weil dann kann man sofort entscheiden. Wenn man mit dem Mittel zu lange wartet, dann ist das Risiko viel zu hoch, dass es sekundär einblutet, weil das Gewebe schon so brüchig ist und die Gefäße so brüchig sind, dass es dann sofort einblutet. Man muss das möglichst früh machen. Man hat so ein Zeitfenster von viereinhalb Stunden. Da kann man das noch gut benutzen, das Mittel. Man kann es auch noch später benutzen, dann ist es aber sehr schwierig. Und je früher, desto besser wirkt es. Deswegen sollte so schnell wie möglich dieses Mittel gegeben werden. Bei der Thrombektomie, also da wo Sie dann den Thrombus rausziehen mit so einem Stand, mit so einem Käfig, merke ich davon was? Es kommt so ein bisschen darauf ein. Wir machen das immer vom Patienten abhängig. Wir machen das gerne im wachen Zustand. Der Patient liegt dann auf einem Kachetertisch und wir versuchen das zu machen. Manchmal geht das nicht, weil der Patient zu unruhig ist oder weil das für ihn eine lebensbedrohliche Situation ist. Er kann auf einmal nicht mehr sprechen oder er versteht gar nicht mehr, was wir sagen und kann das nicht delektieren. Und das macht dann für den Patienten natürlich große Ängste. Dann wird er unruhig, dann wird der Blutdruck ganz hoch und dann wird es schwierig. Und dann würden wir ihn auch in die Narkose legen. Das heißt, wir machen das auch in Narkose. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wir möchten das natürlich am liebsten direkt im wachen Zustand, weil dann kann man auch am besten beurteilen, hat das was gebracht, diesen Thrombus rauszuziehen oder aber müssen wir noch weiter gucken in die Richtung. Und man kann auch viel besser Veränderungen dann feststellen. Also wenn jemand wach ist und plötzlich wird der Arm schwächer oder weniger schwach, dann kann man auch mal sagen, wir müssen es nochmal untersuchen. Insofern würden wir es eher probieren im wachen Zustand. Ja genau, ich glaube, was ich so raushöre ist, der Prozess geht ja weiter im Kopf, auch während Sie einen Eingriff machen. Darum sagen Sie ja auch, müssen wir genau gucken, was im Kopf vor sich geht. Dieses Monitoring, glaube ich, auch während der ganzen Eingriffe ist sehr wichtig, oder? Also der Patient, in dem Moment, wo er ins Krankenhaus eingewiesen wird, hat er eigentlich ein kontinuierliches Monitoring, aber er hat es ja auch schon viel, viel früher. Also der Patient meldet sich in der Leitweite, sagt, hier ist ein Notfall, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Oft rufen ja die Angehörigen an und sagen, mein Vater spricht so komisch. Und dann kommt der Rettungswagen und der Rettungsdienst und schon dort beginnt das Monitoring und genau genommen beginnt dort auch schon die Therapie. Die Kollegen vor Ort würden auch schon schauen, wie ist der Blutdruck, wie ist der Zuckerwert, solche Dinge werden die dann schon Monitoring und die Therapie beginnt eigentlich schon am Bett zu Hause. Ja, und wenn ich dann bei Ihnen in der Stroke Unit bin, 72 Stunden? Genau, wir würden den Patienten, wenn das alles jetzt so geregelt ist, wir haben die CT-Diagnostik gemacht, wir haben uns entschieden, wir haben das Auflösemittel gegeben oder wir haben die Tromektomie gemacht, wie auch immer, wir würden den Patienten auf die Stroke Unit übernehmen und dort weiter monitoren. Da wollen wir natürlich wissen, wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich der Blutdruck, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie entwickelt sich das neurologische Defizit. Wir haben vielleicht einen Patienten, der eine Lähmung hat, wir wollen wissen, wird die langsam besser oder wird sie vielleicht schlechter, dann müssen wir eine neue Untersuchung machen. Das bedeutet auch, dass der Patient regelmäßig immer wieder untersucht wird, auch nachts, dann wird er geweckt, das findet er manchmal gar nicht gut, ist aber notwendig. Und wir würden auch schon mit den Therapien anfangen. Einmal natürlich die pharmakologische Therapie, also eine Blutdruckeinstellung oder wenn eine Rhythmusstörung ist, würden wir die behandeln. Oder wenn der Zucker nicht in Ordnung ist, all diese Dinge würden wir pharmakologisch einleiten. Gleichzeitig würden wir aber auch die Therapie Physiotherapie einleiten. Also der Patient auf der Stroke Unit kriegt in der Regel am nächsten Tag Therapien wie Physiotherapie und Ergotherapie und bei Sprach- und Sprechstörungen, die ja auch auftreten können, oder Schluckstörungen zum Beispiel, auch schon Logopädie. Ganz häufig, wenn er jetzt morgens kommt, bekommt er gleich auch am selben Tag die Therapie. Und eben auch Dinge, um zu verhindern, dass ein Schlaganfall nochmal auftaucht. Genau, dafür machen wir das Monitoring. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf YouTube, Facebook, LinkedIn und Instagram. Werden Sie gesund! Werden Sie gesund! Werden Sie gesund! Jener Christian Bialik ich stim Sie gesund! Bis zum nächsten Mal.